So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmens ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ein Infovideo über das Lichtfestival 2022. Werdet ihr jetzt schon gesehen haben, werdet ihr schon mitbekommen haben. Ich möchte natürlich auch meinen Senf dazu geben. Es war die Post, ne? Was war die Post? Es war die Post, wer vielleicht gerade das Trattini-Video gesehen hat, jetzt ging es weiter. Es war die Post, ihr hattet das Päckchen einfach hier oben in die Tür reingeschmissen. Hab Tür aufgemacht, kam es mir schon entgegengefallen. Perfekt, so muss es immer sein. Lichtfestival 2022, strahlende neue Pokémon-Debüts und erleuchtende Begegnungen. Das Bild sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Sieht aus wie gestern im Lost Place, wo lauter Kerzen rumstanden. Die waren zwar nicht an, aber trotzdem erinnert mich gerade dran. Dann habt ihr hier ein schönes Feuerwerk. Hier habt ihr irgendeinen komischen Pilz. Der klein, groß, auf, freundliches Gesicht sieht trotzdem irgendwie aus wie ein Geist. Das ist bestimmt ein Pflanze-Geist-Pokémon, wenn ich mir das so angucke. Ich kenne das nicht, für mich ist das neu. Das wäre also was, was ich bei Schild in mein Team hätte nehmen können jetzt, weil ich ja nur unbekannte Pokémon reinpacken will. Trainer, zeigt euren Freunden beim Lichtfestival, wie gerne ihr sie habt, aber denkt auch an eure Pokémon. Macht euch auf die Suche nach leuchtenden Pokémon wie Bubungus, das zum ersten Mal in Pokémon Go erscheint. Unsere Forschungen haben zudem ergeben, dass einige wilde Pokémon während dieses Events nachts leuchten. Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen. Lichtfestival. Pokémon-Debüts. Von Freitag, den 14. Oktober. Also genau in einer Woche. Freitag, den 14. Oktober. 10 Uhr geht das los. Bis Montag, den 17. Oktober. Das ist, das ist aber kurz. Also eigentlich nur das Wochenende über, von Freitag bis Montag. Hm. Äh, bis 20 Uhr Montag. Pokémon-Debüts. Die Lumineszenz-Pokémon Bubungus und Lamelux erscheinen zum ersten Mal im Pokémon Go. Bubungus ist also der Kleine und für 50 Bubungus-Bomboms könnt ihr dann Lamelux entwickeln. So. Äh, brauche ich natürlich wieder männlich-weiblich und Lucky für den Dex. Ist ganz klar. Also, Lennart, Hannes. Ihr könnt wieder beides sammeln. Mal gucken, wer zuerst wird wieder tauscht und von wem das Lucky dann kommt. Event Boni. Die Chance auf ein schillerndes Lampi ist erhöht. Warum ausgerechnet Lampi? Ja, egal. Sie wollen hier also Lampi schön ins Rampenlicht stellen. Doppelte Fang-EP. Okay, doppelte Fang-Bonbons während des Events aktiviert der Rauchheld zwei Stunden lang an. Die Chance auf Wilde, äh, auf Shiny Lampi ist erhöht. Wie sieht ein Lampi aus, he? Ist natürlich hier dieser Fisch, dieser Wasserelektro-Fisch. Ist eigentlich ganz cooles Pokémon auch, muss man sagen. Wer also noch keins hat, eure Chance hier ein Shiny mitzunehmen. Was gibt's sonst für wilde Pokémon? Wir sehen Pikachu, Wulpix, Magnetilo, Lampi-Licht-Läufe, Jo, Iguana, die Dänne, Bubunkus. Und mit etwas Glück auch Galaponita und Togedemaru. Pikachu, hätten sie ein schönes Kostüm machen können. Oder irgendwie, mit so einer Laterne in der Hand, das wäre richtig genial. Wird wahrscheinlich nur das ganz normale Pikachu sein. Magnetilo-Bonbons sind immer gut. Magnezone, richtig guter Elektroangreifer auch. So, ein Lichtl. Jetzt schon mal Bonbons sammeln. Jetzt, am Samstag ist, glaube ich, Lichtl-See-Day am 15. Um den See-Day herum, also ein Event mit vermehrten Lichtl-Spawns und Lichtl-Erscheinungen, kann während des Events am Anfang also noch nicht shiny sein. Müsste ja aber, spätestens nach dem See-Day, dann auch shiny sein können. Also, ein bisschen verwirren. Leufeo, Iguana, Dädenne, Bubunkus. Ja, ist jetzt eigentlich alles nicht so krass. Galaponita, Shiny wäre cool, wenn man sich das gönnen kann. Ist ein cooles Shiny. Ansonsten sind für mich die Favoriten wahrscheinlich Lichtl und Magnetilo, was Pokémon und Bonbons angeht. Gesteigerte Effektivität von Rauch. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger aus Rauch. Alola, Kleinstein, Elezeba, Flampion, Lichtl, Dädenne und Bubunkus. Bubunkus. Mit etwas Glück auch Galaponita, Galaflampion. Flampion an sich ist auch ein richtig starker Feuerangreifer. Egal, ob ihr jetzt die Galar-Version oder die normale nehmt, das sind beides eigentlich coole Pokémon. Immer noch Lichtl hier dabei. Ansonsten, ja, wer shiny braucht von irgendwas? Raid-Kämpfe. Die sind ein bisschen interessanter, finde ich. Raid-Kämpfe Stufe 1. Galaponita, Flampion, Dädenne, Bubunkus. Brauchst du nix. Raid-Kämpfe Stufe 3. Alola, Raichu, wer immer noch keinen shiny hat. Galas, Mock, Mock. Mega selten. Immer mal nur kurz in diversen Events in den Raids. Also wer noch keinen Schornstein hat, diesen bräunlichen, macht da ein paar Raids vielleicht. Der sieht wirklich cool aus. Hisui, Wasakwil, war bisher einmal da am Wasakwil Raid Day. Dann gar nicht mehr. Also wer keinen shiny bekommen hat, könnte jetzt nochmal gucken, ob er eins bekommt. Würde aber nicht erhöht sein. Also am Raid Day hatte man die beste Chance, einen shiny Hisui, Wasakwil zu bekommen. Flunkhiever. Würde ich dringend davon abraten, zu raiden. Irgendwann kommt ja Mega-Flunkhiever. Dann kann man immer noch auf shiny Jagd gehen und gleich Mega-Energie mitnehmen. Also ich finde trotzdem, Galas, Mock, Mock und Wasakwil, Hisui Edition, interessant in den 3er Raids. Aber gleichzeitig ist er auch sehr näherst dann da in den 5er Raids. Was natürlich auch neu dann als shiny eingeführt wird. Die meisten werden sich also sicherlich darauf stürzen. Mega-Raids, Mega-Voltenso ist auch am Start. Ist okay. Ist ganz nützlich. Elektro eigentlich immer gut, sage ich. Ich habe jetzt keinen Bedarf. Pokémon bei Feldforschungen. Galaponita, Electek, Magma, Lampi, Elezeba, Dedenne, Bubungus. Electek auch. Richtig geniales Elektro-Pokémon. Sieht auch richtig genial aus, wenn du es entwickelst. Eine befristete Forschung wird es geben. Während des Events läuft eine befristete Forschung rund ums Fangen. Wenn ihr diese Forschung abschließt, da haltet ihr die Leuchtpose. Das wahrscheinlich die, die so aussieht hier mit einer Wunderkerze in der Hand. Stigger. Ihr erhaltet Event-Stigger, wenn ihr Pokestops dreht oder Geschenke öffnet. Auch im Shop sind diese Stigger erhältlich. Passen dazu. Adi jetzt hier rum. Adi, Schatz. Alles Gute. Und ich höre mich an wie eine alte Hexe. Fällt mir gerade ein. Was sind eure Highlights? Freut ihr euch aufs Licht-Festival? Geht halt nur ein paar Tage, aber ist jetzt auch nicht das Spektakulärste. Wir haben ein momentan laufendes Event, was ich auch nicht so spektakulär finde. Jetzt haben wir hier ein Event, was auch nicht so spektakulär ist. Aber immerhin gibt es ein neues Pokémon. Und das war es eigentlich schon. Von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es hat nämlich gerade geklopft. Der Zeiss zurück. Ich würde sagen, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.